Der teuerste und exklusivste Schinken-Käse-Toast der Stadt kostet 18,90 Euro. Schinken-Käse-Toast verfeinert mit weißem Alba-Trüffel aus Piemont. Die Cafetia ist für mich einer der schönsten und besten Cafés der Stadt. Ich bin ein großer Fan vom Schinken-Käse-Toast à la Karl-Heinz Mratz, Toast vom Felsl, Schlossberger Käse vom Jumi und Schinken aus Oberösterreich. Wenn man möchte, wird das Ganze getoppt mit 1,5 Gramm weißem Trüffel. Das Zertifikat habe ich kontrolliert. Italienische Herkunft und gesunde Reifeknollen sind garantiert. Ich liebe Trüffel, jeder Bissen bei diesem Toast ist ein Traum. In der Cafetia gibt es sehr viele Kaffeespezialitäten. Ich habe mich durchgekostet, den Orangenkaffee und auch die Lebkuchenmilch kann ich euch empfehlen.